Der Papagai Show Ich bin Polita, auch wieder Paira, die einzigste Dame. Leider auch ein bisschen zyklig, aber sie ist sehr genau heimlich. Polita, schau die 60 Jahre an, breit ist in der Perle, ursprünglich von Südamerika, nicht aber hier bezogen. Im Chico arbeitet ich mit Stecker, weil er die Hand nicht akzeptiert, also noch nicht. Also es ist nicht um ihn zu froh oder irgendetwas, es ist einfach, dass die sagen, ich bitte ihn nicht treten, er kommt teilweise schon auf die Hand, aber immerhin schon geht es einfach nicht, gell? Ja. Polita hat das immer gezeigt, gell? Dann kommt dieser wie eine Hervor, ein Weißrauchspark, kann er nicht da? Ja. Er ist nicht nur in der Hand, der ist nicht nur auf Fremde, also auf Fremde, da hat man ein bisschen Angst, aber zumal man merkt, dass hier nichts passiert ist, was muss man da, gell? So, wo schau, liegt 40 Jahre alt, er steigt auf eine rote Liste, also die rote Liste, eine Papagei-Liste, wo die rote Papagei drauf sind, er ist relativ zu weit unter, aber eben, es liegt schon wieder ab. Ja. 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 So. Da kommt Cäsar, ein kleiner Zindarer, der hat, Cäsar ist nur in der Show, also er macht das gar nicht so lange. Ist sich deswegen auch noch ein bisschen unsicher, und ich bin der Mann Klaffe, wenn er es macht, der ist auch erst 20 Jahre alt, also vor dem Team ist schon, das ist klar, ursprünglich aus Brasilien, leider vom aussterbenden Brot, weg ist ein Fehler, also von zwei Jahren an kommt 4000 Exemplare, die Anzahl geht leider daran, gell? Ja. Ja. Ein Ara hat eine Weißkraft von 250 Kilo, also man darf es nicht unterschätzen, ich bin der Mann, der schon nicht zu nah an die Pödelrand zu gehen, weil sie können weißen. Ja. Ja. Ich werde nur wieder gefragt, ob sie sprechen, ein Ara ist kein Sprachkugel, also es sind eher die Brauchhaftegeheim, die Amazonen, wo sprechen, der Amt sind der Exemplare, wo sprechen, also er bringt den Servicelehr an, aber man versteht ihn doch gar nicht, der wird nicht auch richtig gröntig, wenn man nicht versteht, was er will, aber es ist ja einfach, der ist draußen ein hellroter, der mit kürzerer Schwarz, das war sie, der redet wie ein Fuß, aber eben mit ihm an, denn er redet immer mit seinem Fuß, und ist auch so, wenn er nicht so blaue an. Gell? So, jetzt legen wir mal los, wenn ich mal die Anziehung kann, wo nicht? Hast du dein Gelände gemacht? Ja, ich glaube, er will. So, kannst du bitte anstellen, die kleine Pfade. Aber noch mal, es geht. Ja, es geht natürlich nicht. So, ja, der ist nicht mehr da. normal ist noch hier ein Gelbbeschweiger, aber der ist jetzt in Rente gegangen, der sitzt bei dir oben, und verstört das, was gerade da sitzt. Jetzt komm mal hin und mach deine Pfanne. Wir stellen die Pfanne, schnell renn, schnell hoch. Jetzt machen wir alles, aber du machst erst jetzt die Pfanne. So, okay. Super. 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 Dankeschön. Danke. Super gemacht. Also, da hat man ja eine eigene Gruppe. Gell? Ja. So. 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 Dankeschön. Dankeschön. Danke. Super gemacht. Also, da hat man ja eine eigene Gruppe. Gell? Ja. Ja, kann man. Fahrrad fahren. Gell? Immer schnell Fahrrad fahren. Schnell Fahrrad fahren. Hopp. Ja. Immer schnell fahren. Ja, der hat seine Pfanne auch gemacht. Hopp. Auf geht's. Hallo. Hallo. Ja komm, wir machen nachschießen. Aber jetzt machen wir erst Arbeit. Langsam. Langsam. Okay. Andere Fuß. Ja. Okay. Super. 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 Dankeschön. Danke. So war die Nacht. Im Land. Okay. Super. Dankeschön. Danke. Er braucht ein bisschen Hilfe. Aber er macht schon gar so schön. ... Du bist ein, danke. Röcke, super raus. Du schnummerst schnell zu vieren, ich hab alles durch die Namen gemacht. Max, du bist ein, danke. Du schnummerst vier hin, immer schnell zu vieren. Denn, ich bin derzeit in Bonbo-Wegner. Aber, dankeschön. Super, Schatz. Reine raus, weiter. Dann bist du schneller und wieder. Super, jetzt so. So, danke. Dankeschön. Super gemacht. Ganz langsam raus. Häh? Ganz langsam. So. Ich will jetzt mal was anderes machen. Okay? Jetzt mal, Schatz. Mach Kackele. Mach Kackele. Richtig. 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 So, Schatz. Aufpassen, es geht weiter. Bis da hinten. Dann bist du. Okay? Kein Blödsinn. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Häh? Alles super. Lass mich freuen. Guter. Super. Gerne. Und mir. So viel. Ganz toll. Brauch. Dankeschön. Super, mein Schatz. Dankeschön. Danke. Super. Danke. 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 So. Saison. Machst du mit? Machst du mit dem? Machst du mit? Machst du mit? Machst du mit? Hey, machst du mit? Ja. Super. So, jetzt. Machst du mit. Machst du mit. Machst du mit. Machst du mit. Machst du mit? Okay. Und wo? Und wo? Machst du mit. Langsam. Okay. Super. Klasse, mein Schatz. Okay. Super. Oder ich bin ja. Super. Ganz wichtig. Super, die erste Schatz. Okay. Super. Dankeschön. Danke. Und wo? So. Ich hab' mich schon wieder dran. Machst du mit? Ja. Also, ich hab' mich schon mal. So. Die Bonita ist geschwischt. Die Bonita ist jetzt nicht. Ja, ich hab' mich schon mal. Was? Was sonst? So. Danke. Danke schön. Danke. Ich geh' da nicht so, wenn ich da befreie, dann kriegst du ein neues. So. Ich hab' schon wieder dran. Ach, wir warten mal. Erstmal. Nehmen wir erst die Bonita, die hat jetzt gerade nichts gemacht. Ok Bonita? Ja, kommst du? Ja, du hast gerade nichts gemacht. Also bitte schön, die Dame. Ist okay? Ja, super! 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 Dankeschön! Danke! Vielen Dank gemacht! So, ich färsche mal schnell zurück, dass du siehst, dass du siehst. Ok, langsam. Ok. Super! Das ist ein bisschen schwieriger für dich, gell? Super! Gelassen! Hoppala! Ok. Super! Dankeschön! Super, gelassen! Ein wenig sehen! Super! Dankeschön! Okay. So, jetzt nehmen wir eine Bonita. Oh, jeder schlägt ja schon rasch. So! So! Okay! So! Kommst du? Ich gucke dir auch mal rennen. So, nicht verschütteln, Monbo. Ok? Ok. So, mein Schatz. Also, gut sparen. Ja? Guck dir vor. Ok? Und jetzt zeigst du mal eine schlelle Relle kannst, wenn du wach bist. Ok? Okay? So, nicht schlägt ja schon. Steig, steig, steig! Ja, super! Lass uns jetzt ein gut sparen. Hallo! Jetzt ist es gut sparen. Jetzt ist es gut sparen. Genau! Und gut schen nicht vergessen. Gut schen nicht vergessen. Hau, ho! Gut schen! Hallo! Gut schen! Hallo! Hallo! reibtか! Ich sitze posso! Alle Variationen sind ampl, durch rechts vorbei und links vorbei. Super! Und jetzt runter! Komm mal! Zo! Oscar! Danke schön! Jetzt sogar eher fene an einmal. Ok? Da lasst du dich gleich mal auf. Komm mal! Komm, aber der fliegt, komm. Bonbon, Bonbon, come on. Hey Bonbon, komm jetzt bitte. Komm jetzt auf, Ross. Auf geht's. Ja, jetzt komm um sein Bubi, der macht dir nichts. Komm jetzt. Super, der schlägt auch schon. Komm, auf. Traurig. Super. Dankeschön, danke. 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 So, und Bonita, die kann zählen von 1, die damals sind wir bei 11 angekommen. Obwohl sie die 11 über 10 plus 1 macht, warum? Keine Ahnung, es ist einfach so. Aber es ist auch 11, gell? So. Hat mir jemand eine Zahl zwischen 1 und 11? Die 5. Bonita, 5. Ok? Machst du bitte 5. Super. Und du hast sie mal. Super. Dankeschön. Hat noch jemand eine Zahl? Die 6. Und ich darf 6. 6, ne? Bitte 6. Super. Nochmal mal eine Zahl. Ja, danke. Dankeschön. Noch jemand? Elf. 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 Ok. Bonita, höre genau zu. Elf. Elf, ja? Du, wenn's geht. Aber du, wenn's geht. Zu stur. Ja? An einem Stück. Ok? Bitte Elf. 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 Jetzt. Die L. Die L. Die L. Ist ok. Ist ok. Ist ok. Aber jetzt 9, 2. Klasse. Wirst du noch besser. Ok. 1, dann noch eine. Die L. 2, dann noch es. 2, dann noch es. 4. 1, dann noch es. Sollten sie die 4 machen. Bonita, machst du 4. Aber nicht zu fange zählen, ein Konjunktur, gell? 4, 4. 4. 1, dann schon. Danke. Danke schön. Einen, der kleine Matto. Sollte 5, Bonita, 5. Fünf. Fünf zu schuhe. Fünf. Super. Okay, danke, super. Dankeschön. Ist ja auch. Oder? Magst du eine? Also eine nehmen wir noch. Oh, jetzt ist fünf. Nehmen wir nicht. Neun. Und nicht ganz neun. Neun zu schuhe. Neun zu schuhe. Super. Danke schön. Schalte da. Machst alles ganz genau. So. So. Und jetzt kommt unser Paolo Chico. Meine Chico ist für alles gut. Er macht alles neu. Was hab ich denn immer? Ja. Super. Okay. Klasse. So meine Schalte. Bitte lasst das Auto auf den Tisch. Gell? Wir kriegen kein neues. Wer? Okay. Super. Drei Meter kann ich auch laufen. Wer? Okay. Super. Klasse. Komm mit einem Bein. Klasse. Super. Okay. Ja, klar. Zu überstehen. Okay. Klasse. Super. Super. Hoi, deri. Schikoliat kann ich mitziehen. Ich schau nach dem Team. Super. Lass es. Und komm. Lass es. Lass es auch in die Uhr. Lass es. Komm lass es. Ich schau. Ich vergiss es. Verrät es. Ich bin schnell. Ich bin ganz schnell. Komm jetzt. Hallo. Komm schon an. Verlegen. Komm. Komm jetzt. Komm. 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 Okay. Super. Beste Huber. Ich bin Huber. Beste. Beste Huber. Beste. Beste Huber. Beste Huber. Okay. Okay. Super. Kann ich da nehmen? Und schnell zu tanken. Schnell tanken. Und auch direkt auf dem Tisch. War ich schneller? Ohh. Ah. Ah. So an Richtig. Also. Komm noch her. Statt hin. Kuck. Wann noch mal auf? Wann noch mal Deckel her. Komm jetzt. Wann noch mal Deckel her. Super. Nein. Lass es. Lass es. So, kann ich da nehmen? Bitte, kann ich schon. Schmeiß noch mal rein, nicht runter. Schnell, du fährst gleich noch mal. Nein, nicht noch mal. Okay, fangen wir noch mal rein. So, bitte schön, noch mal anreden. Es ist super leid, aber ich muss da jetzt noch mal durch. Das ging in die Uhr. Ja, genau. Okay. So, hier was noch mal. So, bitte schön nachher. Auf geht's. Noch mal Gas geben. Ja, das werde ich von euch schneller. So. Okay. Oh, warte, bohren. So, warte. Okay. Super. So. Oje, oje, Ciguali. Noch noch keine Ziele, wenn sie weiter mit trinken. Und gar nichts mehr. Hallo. Für Sie war. Ja, ihr lacht, weil du blöd sind. Ja, jetzt kommt auch frisch. Das klappt. Okay. Super. Wird's kommen? Schaule. Vergesse es. Okay. Geh mir noch mal rein. Ja, du bist selber schon. Hallo, bitte. Okay. Super. Klasse. Okay. Kann ich daneben. Und bitte ab. Danke. Okay. Danke. Super. Und komm. 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 Jetzt. Komm. Nein. Super. Jetzt aber. Okay. Super. Danke. Dankeschön. Danke. Super. Ja, das ist gut. Ganz gut. Ganz gut. Oh. Super. Okay. Dankeschön. Danke. So, wir möchten uns recht herzlich bedanken, das war die Pappagang Show. Immer wenn nicht immer alles klar ist, ist es einfach hier, wenn es nicht einfach war, weil es ist auch wichtig, so. Ich wünsche Ihnen auch viel Spaß, wenn ihr jemanden schreit, oder auch am Abend, auch will ich aber gerne kommen. Echt schönen Dank, Dankeschön, danke.